Und dieses Interview, das müssen wir mit unserem Russland-Korrespondenten Christoph Wanner in Moskau einordnen und einordnen lassen. Christoph, dieses Interview, was Putin ausgerechnet Taka Karzen gegeben hat, wie würdest du das bewerten? Welches Ziel hat er damit wirklich verfolgt? Also alles, was ich jetzt sage, ist rein meine persönliche Interpretation dieses Interviews. Ich denke, Wladimir Putin sieht im Jahre 2024 ein für Russland günstiges Zeitfenster. Die westlichen Verbündeten der Ukraine kommen mit der Produktion der Artilleriegeschosse nicht in dem Maße hinterher, wie sie das tun müssten, um die Ukraine vollumfänglich auszurüsten mit dieser Munition. Dann haben wir den US-Wahlkampf. Das heißt, die Amerikaner sind in erster Linie mal mit sich selbst beschäftigt bis zum November hin. Und dann haben wir in der Ukraine auch noch einen Machtkampf der Eliten. Und das zeigt ja auch, dass gestern der ukrainische Oberbefehlshaber Valery Saluzhny gefeuert wurde. Und all das will Wladimir Putin nutzen, um auf dem Schlachtfeld Fakten zu schaffen. Fakten, die dann für Russland eine gute Ausgangslage bieten sollen für zukünftige Verhandlungen. Verhandlungen nach den US-Wahlen und vor allem oder vorzugsweise natürlich in Putins Augen mit den Republikanern. Donald Trump. Tucker Carlson, jemand, der doch eine ziemliche Nähe zu Donald Trump hat. Ihm hat er das Interview gegeben. Das heißt, das Interview ist nichts anderes als eine Botschaft über zwei Stunden und sieben Minuten an die Republikaner. Lasst uns reden. Lasst uns uns einigen, sobald ihr an der Macht seid. Und dann hat Putin auch noch den USA, den Republikanern etwas suggeriert. Der hat es so nicht gesagt. Aber ich denke, das konnte man zwischen den Zeilen lesen in diesem Interview. Und zwar in Bezug auf China. Ihr Amerikaner werdet uns Russen noch brauchen. Nämlich dann, wenn es um den Machtkampf mit China geht, der ja auch eskalieren kann. Und Putin wird sicherlich nicht einfach so innehalten. Das muss man auch ganz klar dazu sagen. Also Putins Ziel ist es jetzt nicht unbedingt Frieden zu schließen, sondern eben unter gewissen Voraussetzungen doch kompromissbereit zu sein. Und diese Voraussetzungen könnten sein, dass Putin fordert, die vollumfängliche Kontrolle über die vier Provinzen zu bekommen, die 2022 am 30. September annektiert wurden durch Russland. Russland kontrolliert diese Provinzen bisher nur zum Teil und will natürlich auch, dass die Amerikaner diese Provinzen dann als russisches Staatsgebiet anerkennen. Genauso wie auch die Krim. Und Putin ist eben nur bereit, mit den USA zu reden, weil Putin der Meinung ist, dass die Amerikaner über alles entscheiden, was in der Ukraine passiert. Und deswegen muss man ganz klar sagen, dieses Interview war ein großes Statement gegenüber den Republikanern in den USA und auch nur an sie adressiert. Das ist, wie gesagt, meine persönliche Meinung. Das ist, wie gesagt, meine persönliche Kontrolle über die Krim.